Wir sind wunderschönen und wunderschönen Tag zusammen! Wir sind Katharina und Tim. Wir sind beide 22 Jahre alt. Woher kommen wir? Was machen wir? Wir sind die deutschen Vizemeister im Eistansen. Eissport! Und da sind wir wieder. Wieder auf dem Weg. In unserer ersten Choreostunde. Genau, das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Die Eistenser haben zwei Programme, beziehungsweise alle Eiskunstläufer. Und die Kür haben wir schon. Und jetzt sind wir hier, um das Kurzprogramm aufzubauen. Und es wird ein Tango. Katharina und Tim sind die Ersten. Was? Wir sind nicht zu spät. Schön kaputt gemacht. Guten Morgen, Leute. Wir sind gerade aufgestanden. Neuer Tag hat begonnen. Und jetzt gleich geht's frühstücken. Guten Morgen. Wünsch ich Ihnen. Halbes Frühstück wieder mitgenommen. Warte, willst du uns in die Eishalle? Bin? Es geht schneller. Okay, Magic Kräfte von Katharina. Das war's. Das war's. Wir sind fertig. Wir sind in Lina. Wir sind dabei. Alles officer hat mich in der Werkstatt mit stunden. Ja, das war's. Und das war's. Wie schön ist es. Hier war's. Aber ziemlich schön hier. Ready for training. Es ist erst um 13 Uhr. Und heute steht noch Laufen auf dem Plan. Also, wo gehen wir jetzt beide nochmal raus? Eine Runde Laufen, Sekundenläufe. So, und das ist der Platz, wo wir jetzt unsere Läufe machen. Schöne 400 Meter Bahn. Hier ist noch ganz cool, das ist so ein Outdoor-Gym. Oh, da läuft schon einer los. Mal hinterher. Ich liebe Laufen. Laufen ist Bombe, ne? Genau. So, wir sind jetzt fertig mit unseren Läufen. Und wie geht es uns? Bestens! Noch gut. Jonas, kann das sein, dass hier mal was geölt werden muss? Meine Gelenke. Samstag haben wir. Also wir machen eine kleine Tour. Untertitelung des ZDF, 2020